ok ich glaube da müssen wir irgendwo da drin noch was aktivieren so finde ich gerade hier alles sehr sehr komisch um ehrlich zu sein moment ich guck mal können wir irgendwie nicht verfolgen wäre eigentlich echt schön gewesen ach genau mizonschleuse da vorne schon okay interessant aber da kommen wir gar nicht hin so geht wie krieg ich das da auf ich wusste das Super wird mein Busch damals früher Ah, hier sind wir richtig, okay Wir sind richtig, ich muss sagen, das mit Emmy finde ich interessanter Also das macht mir mehr Spaß, also da finde ich diesen Reiz größer als dieses Wegrennen Also das hat mir gar nicht gefallen Ich glaube da müssen wir weitern, deswegen gehe ich erstmal nach da oben Ja, was ist hier los? Bin ich hier hoch? Ah, das muss ich bestimmt aktivieren Ich will ja nicht hin Ah, jetzt ist das an, okay Ich will nur hier durch Ach komm Kriegt das auch nicht hin, ne? So, was ist denn jetzt mit hier? Okay Haua Da komme ich ja leider nicht hoch Okay, ich merke schon Ja, ich gehe mal wieder nach da lang, glaube ich Da ist der Emmy-Bereich Aua, hey Von Maggi kaufe ich nichts mehr, seitdem ich weiß, dass es von Nestle ist Das Einzige, was ich vielleicht noch ganz selten mal esse, das sind, äh, Ravioli Ah, das ist wirklich das Allereinsiste Nochmal, nicht rücke immer zu früh Oh, wie wohl habe ich zu viel? Wir wissen, äh, wenn dann die Suppe und das die Nullen drinne Ja, Ravioli? Okay Ja Hm, Moment Ich will das nochmal kurz aufmachen Ich glaube, das war dann verschlossen So, was ist hier los? Ah Schön Warte geht's Da komme ich noch nicht hoch, ne? Okay So, jetzt können wir hier runter Nee, da rechts wollte ich runter, ne? Ja, nee Müssen wir ein bisschen anders laufen Okay, sprechen wir nochmal ab Die fliegt so eine dumme Fliege die ganze Zeit hin und her, das gefällt mir nicht Jetzt habe ich nur ein, äh, Nutzen sind für schnell Ah, nein Okay Okay Ja, nee Moment Da muss ich runter Genau Letztens habe ich mir nutze, ich verschneide, sonst verhungerig zu Hause, falls ich nicht kochen möchte Also, also Suppen in der Dose esse ich manchmal, also in letzter Zeit ein bisschen öfter Aber eigentlich mag ich die sehr selten Ich finde die immer so, hm Achso, ich kam da gar nicht weiter Auch schön Naja, müssen wir wieder in den Ami-Bereich Ich kann leben mehr? Okay So Wie in Not habe ich mir TK-Pizza vorredigt Das ist auch meine Devise Wenn ich, ähm, keinen Bock auf Essen, äh, auf Essen habe, ja klar Wenn ich keinen Bock habe zu kochen oder sowas Dann hole ich mir mal TK, ähm, mache ich mir mal TK-Pizza Ich habe mir jetzt letztens fünf Stück geholt Und ich habe noch, äh, Flammkuchen geholt Also immer wenn TK-Pizza irgendwo im Angebot ist, gönne ich es immer So Okay Okay, das bringt hier mir gar nichts Scheiße Komisch Okay Das war's. Scheiße! Nein. Ja. Der Kapitän schaut weg aus, dann ist mein Kühlfall mit Eis-Föll-Attack-Fling. Hackfleisch... Hackfleisch esse ich überhaupt nicht. Es ist ja fast gar kein Fleisch, deswegen... Also bei mir ist das gar nicht drin. Und die Kombi finde ich geil. Ähm, ich sterbe gerade weg. Ich bin tot. 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 Das war's für heute. Oh Gott Ah, sowas gab es auch in Linksbums Alter Nein Ich hoffe, ich komme direkt wieder raus, wo ich rausgegangen bin Okay Hackeis, na super Liegt da immer drin, vielleicht habe ich schon letztens besorgt, vielleicht etwas mit Fikadent machen möchte Es ist ein Herbst und gleich überzeugt, die Tate mit der Kosmetik Boah, ich guck dir, das ist überhaupt nicht Meine Oma hat das eine Zeit geguckt, aber irgendwie waren wir nicht Also ich bin überhaupt nicht für sowas Generell, diese ganzen Fernsehsachen gucke ich alles nicht Scheiße, er hat schon wieder getrunken Ich habe nichts bekommen Das füllt immer schön auf Also wenn man das hinkriegt, aber ich kriege es zu selten hin, leider Okay Okay Waren wir klar Wie gesagt, ich gucke das auch nicht Gehen wir den denn ab? Nein Ah, okay Ich habe das mal verfolgt, glaube ich seid ja nicht mehr Okay Dann werden Sie geladen EMI steht für Extraplaneta-Nobile-Multiform-Identifizierer Ein EMI ist in der Lage, seine eigenen Fähigkeiten zu verbessern und zu erweitern Okay Die Fähigkeit, sich in kleinste Räume quetschen zu können, ist eine seiner Standardfunktionen Jeder EMI, dem du begegnest, wird es wahrscheinlich davon Gebrauch machen, während er dich verfolgt Du kannst die Panzerung eines EMI nicht zerstören, selbst dann nicht, wenn du wieder überall meine Fähigkeiten verfügen würdest Wenn du mit einer Übermacht konfrontiert bist, musst du deine Grenzen akzeptieren Okay Ich akzeptiere es aber trotzdem nicht Ich bin immer so spät und ich glaube, er passt auf der Couch Ich glaube, ihr habt eine Folge mal geschaut, als dem einer von Vegan alleine war Okay Ich habe das nur, äh, wie gesagt, wenn meine Oma das manchmal laufen hat, aber so Oder wenn da irgendwie ein Skandal war, dann habe ich da auch irgendwie was gehört Ich studiere jeden EMI sorgfältig und nutze den Phantom-Umhang, um dich vorzubewegen Doch auch das wirkt Risiken Der Phantom-Umhang verringert deine Mobilität und verbraucht mehr Elion Wenn du dich bewegst oder schießt, trotzdem ist er deine beste Chance, um zu überleben Zögere nicht, einen EMI zu zerstören, wenn du mehr von der einzigartigen Energie entdeckst Auch wenn es nicht deine ursprüngliche Mission war, sehe ich mittlerweile nicht, wie du sonst dein Ziel erreichen kannst Bedrohungen meiner Existenz dürfen nicht hingenommen werden Ja, könnt ihr mal sehen Bedrohungen meiner Existenz dürfen nicht hingenommen werden So ist das Leute, wie lange seid ihr noch dabei? Ist das der EMI-Bereich? Der kommt... Das hier alles? Och ne Schon echt viel, ne? Und wir haben null Items bis jetzt Aber ich glaube, so viel... Also ich sag mal jetzt, im Verhältnis so viel ist das nicht Hier unten könnte noch eine Menge sein Okay, das geht hier doch tiefer runter, als ich dachte Hier sind ja auch nochmal ein paar Sachen Da bin ich ja auch mal interessiert, ne? Logbuch Helligkeit 22 Euro, falls es nicht so spät für dich ist Ich bin gerade am überlegen Ja, wir können ja nochmal bis zum nächsten Speicherpunkt Weil ich war gerade eh Müde Ah, da geht's auch wieder Okay, wann muss ich hier hin? Schein Oder nicht Wo ist der? Ach, da ist der Ja, geil Jo Jo Geht er so auf die Piste, ne? Oh Gott! Was ist das hier? Kartenupdate? Ist in der Freiheitsrebelle? Dann rebelliert ihr mal. Ja, das ist hier noch ein richtig dickes Ding. Okay. Das hier ist noch ein richtig dickes Ding. Scheiße, das wollte ich nicht. Ja, das ist schon richtig dickes Ding. Untertitelung. BR 2018